Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am 1. Dezember. Jawohl, der letzte Monat ist angebrochen. Grund genug uns jetzt hier noch auf dem finalen Jahresabschluss wieder den Währungsplan zuzuwenden. Wir sehen heute das Fund ein Stück weit stärker. Das soll aber gar nicht so im Fokus stehen. Wir wollen lieber kurz auf den Austral-Dollar schauen und hier erstmal auf den Euro gegenüber dem Austral-Dollar, den wir gestern hier im Fokus hatten mit einem saisonalen Long-Setup. Und ja, wir sehen hier eine beeindruckende Entwicklung, die bereits gestern erfolgte und heute auch hier ihren Fortbestand zu finden scheint. Sieht wie gesagt gut aus. Das mögliche Ziel hier im Bereich 1.4470 oder sogar noch darüber hinaus scheint hier denkbar gut möglich. Und die Unterstützung, die wir gestern hier in den Fokus nahmen, 1.42rund, hat sich sozusagen als tragfähig erwiesen. Warten wir mal ab, was passiert. Grundsätzlich sieht das hier zumindest schon mal sehr, sehr interessant aus. Wir wollen jetzt aber mal auf den nächsten, auf die nächste Chance schauen. Vielmehr hier auf den Austral-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Der Ossi, wir haben es gerade gesehen, er mit einem negativen Bias. Doch wie wirkt sich das hier beim Austral-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken aus? Wir schauen mal hier auch auf den Tagesschart. Und da ist sehr schön zu sehen, dass wir hier eine relative Seitwärts-Range haben. Grundsätzlich aber, von den Tiefs hier vom Sommer ausgehend, lässt sich hier relativ simpel und auch relativ stringent eine sehr, sehr schöne Aufwärtstrendlinie skizzieren. Aber hier oben ist irgendwo der Deckel drauf. Wir sehen es hier sehr deutlich. Wir haben hier so einen Horizontalbereich, den ich jetzt mal direkt hervorhebe, der mit kleinen Spikes darüber immer wieder ein Stück weit eben für Reaktionen auf der Südseite sorgte. Und interessant ist eben jetzt, vor dem Hintergrund, dass der Austral-Dollar ja bereits beim Euro gegenüber dem Austral-Dollar zur Schwächen neigen dürfte, hier beim Austral-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken auch ein saisonales Setup hier erkenntlich ist, welches hier interessanterweise auch fallende Preise in dem Fall begünstigt, also hier auch die Schwäche beim Austral-Dollar unterstreicht. Und das will ich Ihnen gleich mal zeigen. Zunächst aber hier mal kurz der Blick auf den Austral-Dollar gegenüber dem US-Dollar, rein vom saisonalen Bias her, rein vom saisonalen Verlauf. Kleiner Blick, ich wähle gerade mal das richtige Währungspaar aus und dann schauen wir uns mal an, dass es hier zumindest kurzfristig bis Mitte Dezember hinein für den Austral-Dollar rein saisonal eher schwach aussieht. Das bestätigt genau das Long-Setup beim Euro gegenüber dem Austral-Dollar, sprich Euro mit einem Rückenwind Bias hier für steigende Preise und beim Austral-Dollar gegenüber dem Schwarzer Franken könnte es genauso in diesen Kontext gehen. Und ja, das tut sogar, wenn man hier statistische Rahmendaten herbeizieht. Das heißt, während der letzten 21 Jahre hatten wir hier 17 Mal Gewinner im Sinne eines Short-Setups, welches hier sozusagen mit einem durchschnittlichen Gewinn von 189 Pips besegnet war. Und der durchschnittliche Verlust betrug hier 84, gerade mal bei den vier Verlierern und wir haben eine Trefferquote von knapp 81%. Das ist sensationell gut und wenn wir uns die Historie mal anschauen, hier die ganzen Trades kumuliert, haben wir aber einen Performance-Chart, der sich wirklich sehen lassen kann. Und das deutet darauf hin, dass wir hier grundsätzlich betrachtet eine sehr, sehr schöne Ausgangssituation haben, die den Austral-Dollar gegenüber dem Schwarzer Franken eben nach oben heben könnte. Schauen wir uns das jetzt mal hier genau auf den Chart an oder auf den Chart bezogen an. Vielmehr, dann werden wir jetzt hier feststellen, dass wir grundsätzlich wieder an diesem Verkaufsbereich, so will ich es mal nennen, Widerstandszone gescheitert sind und die Möglichkeit sehr, sehr hoch ist, dass wir zumindest hier die letzten Tiefs ansteuern oder eben auch hier diese Trendlinie testen. Dazu können wir hier auch einen Horizontalbereich mal in den Chart ziehen, sozusagen als Supportzone, die hier durchaus anlaufbar scheint. Und wenn wir vom aktuellen Level ausgehen und mal die 198 oder 89 vielmehr Pips mal nach unten abtragen, dann haben wir hier diese Range vor unseren Augen. So, machen wir es mal rund. Als mögliche Chance. Der Trades selber hier rein, statistisch bis zum 16.12. eine Option des Haltens. Sprich, wir fügen hier mal das Zieldatum ein, um das ein Stück weit besser zu visualisieren. So, da bin ich sogar schon ein bisschen drüber. So, da haben wir es. Gut, dann machen wir die Chance nochmal neu. Und hier im Endeffekt das mögliche Bild, was hier auch den Rücklauf an dieser grünen Linie durchaus begünstigen könnte. Aber das mal hier als Rahmenparameter schön gestrickt. Risiko im Schnitt 84 vom aktuellen Level ausgehend wäre hier oben. Könnte man sogar noch ein Stück weit höher machen, den Stopp, um sich sozusagen hier dem Risiko natürlich nicht ganz so auszusetzen. Nach dem Motto, wenn wir hier doch nochmal drüber laufen, könnte es ja weitergehen. Das sieht aber ganz gut aus die letzten Tage. Also Stopp hier im Bereich 0.76.01, 0.76.02. Auf jeden Fall ein Stück über 0.76 wäre ganz komfortabel. Und letztlich spricht hier eben vieles für. Zunächst einen Test hier zu dieser Trendlinie, zu diesem Support-Level kann ich mir sehr gut vorstellen. Und im Worst Case eben geht es sogar im Sinne der saisonalen Tendenz richtig gen Süden. Also sieht wie gesagt ganz interessant aus. Ein schönes Setting beim Austral-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Deswegen sollte man sich diesen durchaus mal anschauen. Und ja, ob der Austral-Dollar dieses Jahr wieder zur Schwäche neigt, das muss ich erst mal zeigen. Aber grundsätzlich sind hier die statistischen Rahmendaten ganz gut. Und es wird sich eben zeigen, wie hier eben der schwarze Franken noch seinen Einfluss ausübt. Weil das natürlich hier gerade bei dieser Währungspaar-Konstellation auch von maßgeblicher Entscheidung. Aber generell hier der Bias im Sinne dessen, dass wir hier eine positive Bilanz haben, die sich hier wirklich sehen lassen kann, denke ich mir, sollte man den Austral-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken durchaus mal im Fokus behalten. Gut, meine lieben Zuschauer, das wäre es für heute gewesen für den JFD-Devisenradar. Nachher gibt es noch Silber auf dem JFD-Desktop und auch eine Beschau zum DAX. Wir werden heute zwei Videos mindestens fahren. Wird auch noch einen guten Artikel geben. Insofern schauen Sie ruhig mal auf dem JFD-Desktop vorbei. Ich sage an dieser Stelle erstmal guten Start in den Dezember. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften und auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Und Tschüss.